Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Memory PC High End Gaming Rechner mit Eigenschaften wie Intel i7-11700K, 8X 3.6 GHz und weitere. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Zocker Rechner für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Zocker Rechner werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Gaming ist eine sehr beliebte Freizeitbeschäftigung, ein wachsender Trend. Für manche tatsächlich sogar der Beruf, wenn man jetzt Streamer ist, Influencer, Spiele-Tester, was auch immer, Spieleentwickler von mir aus, da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Perspektiven. Naja, jedenfalls, wenn man sich mit dem Thema Gaming auseinandersetzen möchte, dann macht ein Rechner, der extra darauf zugeschnitten ist, natürlich Sinn, weil hier auch ziemlich starke Komponenten am Start sind, was jetzt Prozessor und Grafikkarte anbetrifft. Grafikkarte sollte klar sein, kannst du halt schön, also du brauchst doch den richtigen Bildschirm, ne? Du brauchst einen guten Bildschirm, sonst macht auch eine tolle Grafikkarte nicht so viel Sinn. Naja, jedenfalls, und der Prozessor ist halt wichtig, wenn du auch sowas machst wie Streamen oder Let's Plays erstellen. Weil Videos rendern oder eben streamen sind PC-Aufgaben, die relativ viel Leistung benötigen. Und da macht es halt Sinn, einen ziemlich starken Rechner zu kaufen. Zumal ich den mit Hinblick auf die Komponenten insgesamt betrachtet als ein faires Angebot bezeichnen würde. Ob du das genauso siehst, ist natürlich deine Einschätzung, wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Dieser Gaming-PC überzeugt durch perfekt abgeschirmte Markenkomponenten. Mit der RTX 3060 12GB ist man für alle aktuellen Spieletitel bestens gewappnet. Flüsterleiser Betrieb, egal ob Gaming, Bild- sowie Videobearbeitung oder Livestreaming. Programme wie Adobe, Lightroom oder Photoshop laufen hier blitzschnell. Mit der Hyper-Threading-Funktion des i7-Prozessors bietet diese Config noch schnellere Verarbeitungszeiten. Hier werden keine Grenzen gesetzt. Das stylische Cylon RGB-Gehäuse mit Glasfenster vereint leise und flexible Eigenschaften in einem kompakten und ausgeklügelten Design. Die Kombination mit einem Marken-Be-Quite-Netzteil macht dieses System zu einem stabilen und extrem leisen Begleiter auch bei den anspruchsvollsten Aufgaben. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Grundsätzlich ein Zocker-PC, den ich als ein faires Angebot mit Hinblick auf die Komponenten bezeichnen würde. Ob es für dich der passende Gamer-Rechner ist, kannst du allein am besten beurteilen. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum Memory-PC High-End-Gaming-Rechner mit Eigenschaften wie Intel i7-11700K, 8X 3,6 GHz und weiteren. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit, viel Spaß beim Zocken und ciao.